Ich schieß Mr. Y ins Himmelsreich, die Pumpkern anvisiert auf die Frisur, als hätt man wochenlang nicht Sakkare rasiert. Konnt das Voraussachs, was dir lelleck bevorsteht, aber negativ zu positiv ist das bessere Wortspiel. Von dem Intro heißt nicht, du tust dein Gegner heftig dissen, sondern schlicht zwei Schuchten tun sich beide gegenseitig ficken. Dazu das Video in POV, die Vorgeschichte passt, gib ihm ein Fuffi, fünf Minuten, sie haben beim Arsch die Ficke Spaß. Jede Runde gleich und dieselbe Angriffsfläche und in jedem seiner Texte tut der Gegner scheiße rappen. Doch selbst da ist es zu schwer, da macht das Opfer es sich einfach, findet er ne Line ganz gut, ja dann droppt er sie gleich zweimal. Deiner Sicht muss man nen Korbid benutzen, ein paar Representer, Rapmund hat ne solide Runde. Du wirst nicht gewinnen, Wayne Rust, du Faggot versuchst, rapp doch meinen Namen und nenn es Gegnerbezug. Jetzt ist es soweit, vollziehe meine Rache, bei nem fairen Judge kannst du's nicht weiter schaffen. Ich setze im MRT den Schlussstrich für dich, hast du gewonnen, weil Lenny ein Hurenz und ist. Jetzt ist es soweit, vollziehe meine Rache, bei nem fairen Judge kannst du's nicht weiter schaffen. Ich setze im MRT den Schlussstrich für dich, hast du gewonnen, weil Lenny ein Hurenz und ist. Von dir mit Aussprache gedisst zu werden, ist ansatzloser Scheiß. Du klingst als Kay mit deinen Nasenlöchertaschen, du schießt gleich. Hast damit den Sieg damals geklärt, also spar dir deine Starlöhr. Du hast bei Lenny wohl die Blowjust mit der Nase ausgeführt. Das hilft dir nicht mehr, du tust endlich verlieren. Nenn dich Earl Grey, weil du geteebeutelt wirst. Und sei dir gewiss, dass das lecker wird, wie Cartman sagen würde. Meine Eier sind extra leer. Wir uploaden deine Runde, denk, dass du mich damit weiterfickst. Bei so ner Wacken-Scheiße grenzt das fast an nem Eigendiff. Statt diesem Milbo führ ich mich mit nem Bitch-Appet an. Gebe ich mir Q&As von dir Irrelevanz. Jetzt ist es soweit, vollziehe meine Rache. Bei nem fairen Judge kannst du's nicht weiter schaffen. Ich setze im MRT den Schlussstrich für dich, hast du gewonnen, weil Lenny ein Hurenz und ist. Jetzt ist es soweit, vollziehe meine Rache. Bei nem fairen Judge kannst du's nicht weiter schaffen. Ich setze im MRT den Schlussstrich für dich, hast du gewonnen, weil Lenny ein Hurenz und ist.